Vor der Installation wird die Position des Lüftungsgerätes bestimmt und die entsprechenden Kernlochbohrungen ausgeführt. Entnehmen Sie die Montageanleitung aus der Verpackung und lesen Sie diese sorgfältig durch. Das Bedienteil kann vorerst auf die Seite gelegt werden. Klappen Sie die vier seitlichen Laschen um 90 Grad heraus. Um die Powerbox an der gewünschten Position zu befestigen, werden die Abstände der Laschen bestimmt und auf die Wand übertragen. Entnehmen Sie die Abdeckung der Powerbox, indem Sie die zehn Schrauben auf der Oberseite lösen. Klappen Sie die Abdeckung des Lüftungsgerätes Die Abluftanschlüsse werden jetzt mit den EPP-Stopfen verschlossen. Die Powerbox wird nun mit geeignetem Befestigungsmaterial an der Wand montiert und ausgerichtet. Abschließend werden die Rohrleitungen für die Außen- und Fortluft sowie für die Ab- und Zuluft angeschlossen. Die Powerbox wird nun mit einer Wand montiert. Wählen Sie die Abdeckung des Lüftungsgeräters von der Gehirn an der Wand montiert. Sie müssen alle aber nicht. Sie müssen um die Wand montiert. In einer Wand montiert wird nun mit der Wand montiert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nach dem erfolgreichen elektrischen Anschluss wird die Powerbox-Abdeckung mit 10 Schrauben wieder angebracht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020